Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe ForexScreener. Heute haben wir das Thema Trends erfolgreich handeln und selbstverständlich machen wir auch heute das Webinar mit Manuel Lücke zusammen. Guten Abend Manuel, schön, dass du wieder für uns die Zeit gefunden hast. Ja, ich sehe, dass der Raum hier sich weiter füllt. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardosoneto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Bevor ich den Bildschirm final an Manuel übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Seminar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen die Veranstaltung entsprechend bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Manuel, dann starten wir. Ich übergebe den Bildschirm. Der letzte Termin in diesem Jahr, aber ich glaube, ich darf schon verkünden, dass wir selbstverständlich im nächsten Jahr weitermachen. Und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Von mir natürlich auch nochmal. Schönen guten Abend an alle Teilnehmer. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute mit neuem Mikrofon und besserer Songqualität. Und wie der Nelson schon gesagt hat, das letzte Webinar in diesem Jahr. Nächstes Jahr machen wir natürlich weiter wie gehabt, aber da ist das letzte Webinar in diesem Jahr. Jetzt haben wir uns nochmal schön Content überlegt, aufbereitet, für Sie heute haben mitgebracht. Und das Ganze natürlich Hand in Hand mit dem Forex-Screener. Innovationen haben wir neue eingebaut, neue Filter. Die stelle ich heute vor. Und wir starten aber natürlich mit der Theorie, bevor es dann in die Praxis geht. Und ich würde sagen, können wir loslegen. Mein Bildschirm sollte man auch sehen. Vielleicht kann man mir dann nochmal kurzes Feedback geben. Ja, die Präsentation sieht man. Perfekt. Da würde ich sagen, legen wir los. Mit meiner Vorstellung für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über ein Jahrzehnt auch an der Börse aktiv. Damals gestartet in einer Vermögensverwaltung. Eigentlich wollte ich nur entwickeln lernen, programmieren lernen. Hatte Börse eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt und bin da so ein bisschen zufällig eigentlich in das ganze Thema reingerutscht und habe große Begeisterung dafür gefunden, wie viel Geld man verdienen kann, wenn man die entsprechende Software basteln kann. Weil es in der Vermögensverwaltung halt darum ging, Handelssysteme zu entwickeln, das eigene Kapital zu vermehren, komplett ohne Fremdkapital zu arbeiten. Und wenn es darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen, da wären natürlich alle ganz ohr. Ich denke mal, das geht uns allen so. Und dementsprechend ging die Reise dann auch weiter für mich. Nachdem ich angestellt war, Informatik auch fertig studiert hatte, habe ich dann zusammen mit einem Kollegen eine Firma gegründet gehabt. Da haben wir auch Handelssysteme entwickelt und vertrieben. Auch individuelle Handelssysteme für Endkunden entwickelt. Und später dann haben sich quasi die Wege so ein bisschen getrennt. Und ich bin jetzt insofern aufgestellt. Ich bin der Gründer und der Entwickler vom Forex Screener. Das ist eine Screening Software, womit Sie den ganzen Markt nach Kriterien abscannen können. Sehen wir nachher noch alles im Detail. Und das zweite Projekt aus unserem Hause nennt sich Top Trading Software. Da können Sie auch gerne vorbeischauen, wenn Sie individuelle Handels- oder Trading Software benötigen. Das deckt quasi alles ab, was man zum Trading Alltag braucht. Also nicht nur Handelssysteme und Indikatoren. Es ist ja so die Königsdisziplin, aber auch alles mögliche Monitoring Software, halbautomatisierte Stop-Loss Geschichten, Indikatoren, Copy Trading natürlich oder auch einfach Signalsysteme, wenn Sie sich um die benachrichtigen lassen wollen, wenn dies und das passiert, wenn was im Markt eintritt oder wenn auf Ihrem Konto irgendwas passiert. Da kann man quasi den Gedanken freien Lauf lassen. Aufsache man hat da irgendwas, was einem die Arbeit abnimmt. So und dann genug von meinerseits. Würde ich sagen, starten wir mit dem Thema Trends. Die Agenda für heute sieht so aus. Wir tauchen in die Theorie ein. Wir wird das Ganze definiert. Wie kann man das erkennen? Und schauen uns dementsprechend dann auch mal ein paar Trends an. Wir schauen, wie kann man das Ganze auch automatisch erkennen lassen. Da gibt es ja schon Pools slash Indikatoren dafür. Wir schauen uns auch an, wie das Ganze verschachtelt aussieht. Verschachtelte Trends, was daraus für Setups entstehen können. Also wie wir von verschachtelten Trends auch profitieren können. Und dann schauen wir natürlich allgemein Setups mit Trends finden. Trade Szenarios werden vorgestellt. Ich habe drei Trading Setups insgesamt mitgebracht für Sie. Ja, und dann ist die Stunde bestimmt auch schon rum, wenn wir damit durch sind. Legen wir los. Ein Chart habe ich für Sie mitgebracht. Sie können ja mal erraten, um was für ein Instrument es sich handelt. Ist der Chart mit Wochencandles? Vielleicht errät es ja irgendjemand. Was ich eigentlich auf dem Chart zeigen möchte, ist, wir sehen quasi, nachdem wir unser Hoch erreicht haben in diesem Chart und es hier so steil bergab geht und quasi bis auf Null fällt, mal so als Hinweis. Es ist halt nicht so, dass der Kurs von ganz oben nach ganz unten, obwohl es quasi in allen News breitgetreten war, dass es in dieser Aktie quasi, ja, dass der Kurs nach unten gedrückt wird, auch durch die News. Sondern es ist halt so, dass der Kurs sich entwickelt. Also er fängt oben an, er rauscht nicht direkt ab, sondern er rauscht ab und er korrigiert erst mal wieder. Dann rauscht er weiter ab und dann korrigiert er wieder. Und das Ganze ist quasi so zu sehen, der Markt wird strukturiert durch Trends. Und wenn wir jetzt einen Trend haben, den wir halt erkennen können, dann können wir davon natürlich insofern profitieren, dass wir an gewissen Stellen in dem Trend einsteigen können und da wir erkannt haben, dass übergeordnet der Trend in Richtung Süden fährt und wir Richtung Süden einsteigen können, vielleicht an solchen Punkten oder halt auch an solchen Punkten, dann können wir entsprechend auf den Zug aufspringen und profitieren von der ganzen Lage. Und der Harald, der hat es hier ganz richtig erraten. Es handelt sich um Wirecard. Das ging ja dann quasi alles ziemlich zügig bergab. Und Sie können sich aber auch natürlich mal andere Instrumente ansehen, die schnell in eine Richtung sich entwickelt haben, wie zum Beispiel auch der Bitcoin und so weiter. Also wenn wir da von Anfang an einen Trend mitbekommen hätten oder das quasi für uns herausgefunden haben, dass er sich in einem Trend bewegt, dann hätten wir ganz am Anfang einsteigen können. In Richtung Long und wären jetzt mit einer guten Position dabei in den ganzen Coinen. Also insofern mal als Hintergrund, wofür wir Trends brauchen. Und für uns stellt sich jetzt die Frage, ja, wie ist das Ganze denn definiert? Also was heißt denn jetzt genau Trend? Wie kann man das denn erkennen? Und wir fangen jetzt an, diesen Punkt zu klären. Ich habe Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht. Einmal für einen Aufwärtstrend und für einen Abwärtstrend. Und man kann sehen, der Aufwärtstrend, der fängt entsprechend an dieser Stelle an. Ich werde mir mal kurz die Farbe noch wechseln. Das geht nicht. Sieht man, das ist alles ein bisschen besser. Wir fangen an diesem Punkt an. Danach haben wir einen Aufwärtsschub und wir laufen halt bis zu einem gewissen Punkt. Der Markt macht hier ein Hoch, ein lokales Hoch. Und von dort aus wird erstmal eine Korrektur stattfinden. Der Markt korrigiert, macht mit der Korrektur ein neues lokales Tief. Und da der Markt eben sich in solchen Strukturen bewegt, ist der nächste logische Schritt, dass es wieder aufwärts geht. Und wir haben bis zu diesem Punkt, bis wo die weiße gestrichelte Linie ist, haben wir noch keinen Trend nach markttechnischer Definition. Der Trend, der geht erst los, sobald das letzte Hoch überschritten wird mit unserem Kurs. Und dementsprechend haben wir ab diesem Punkt einen intakten Aufwärtstrend. Der ganze Trend, der wird ja natürlich so irgendwie weiterlaufen. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Und wenn man diese Definition jetzt einfach mal umdreht, entsprechend für den fallenden Markt, dann haben wir das auf der Short-Seite eben so. Kurs kommt von oben. Der hat zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Trend. Er macht ein lokales Tief, er korrigiert nach oben, macht ein lokales Hoch. Und sobald das letzte lokale Tief unterschritten wird, so ist nach unserer Definition ein intakter Abwärtstrend uns vorliegt. Das Ganze ist quasi nach Markttechnik so definiert worden. Und ich denke mal, bis hierhin ist das alles auch noch einfach zu verstehen. Wie das Ganze in der Realität aussieht, das können wir hier einmal sehen, auf diesen Bildern. Hier habe ich mal ein Screenshot gemacht. Linke Seite natürlich wieder ein aufsteigender Markt. Tief, Hochpunkt, Korrektur tief. Und dann zu dem Zeitpunkt quasi schon ab hier haben wir einen intakten Hochwärtstrend. Also ab hier geht es eigentlich los. Im Nachhinein haben wir das Hoch für unsere Impulsbewegung. Das hat sich dann einfach verlagert. Also es war zuerst hier. Das wandert dann mit. Und dementsprechend sieht so unser intakter Aufwärtstrend aus. Auf der rechten Seite das Gegenbeispiel für einen Abwärtstrend. Muss ich glaube ich jetzt nicht nochmal so wiederholen. Aber was ich sagen kann, der Trend, der geht eben dann ab diesem Zeitpunkt los, so dass man sagen kann, jetzt haben wir einen intakten Abwärtstrend. Ich finde, wenn man sich die Bilder jetzt immer so ansieht, vor allem das linke Bild, dann kann man auch schnell anfangen, darüber zu philosophieren, wie werden denn jetzt eigentlich die Hochs und die Tiefs bestimmt? Also wir hätten ja theoretisch auch sagen können, dass unser Aufwärtstrend, wie eben gesagt, hier losgeht, weil hier ein Hoch gemacht wird und unser nächstes Tief an dieser Stelle liegt und von dort aus das Hoch, das nächste Hoch quasi gesucht wird. Also das Ganze würde dann quasi so aussehen. Und der Hochpunkt hier, der liegt ja eben über unserem ersten Hoch, so dass per Definition es eben ein Aufwärtstrend ist. Und ja, man muss eben sagen, wenn es eben darum geht, dass man sich einen Chart anguckt und man fragt zwei Leute, dann kriegt man eben immer drei Meinungen dazu, wo jetzt der Hoch und wo der Tiefpunkt ist. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute, die sagen für sich oder die sagen, ja, ein Hochpunkt bedeutet für mich, dass ich eine Kerze habe, die einen Hoch hat und die ist umzingelt von zwei Kerzen, die entsprechend ein tieferes Hoch haben. Und auf der anderen Seite dann eben der Tiefpunkt, der muss umzingelt sein von zwei Kerzen, die ein höheres Tief haben, so wie es jetzt hier der Fall wäre. Und im Endeffekt, in diesem Beispiel hätten wir jetzt das Gleiche, glaube ich, was dabei herauskommen würde. Und es ist hier dann einfach wichtig zu wissen, wie fein man an die Sache herangeht. Es gibt auch eine Variante, wo Leute sagen, nachdem ein Tief gemacht wird, brauche ich mindestens erst mal vier Kerzen Bestätigung, quasi vier grüne Kerzen. Da gibt es einfach verschiedene Techniken. Ich persönlich nutze für die Trenderkennung oder als Hilfe für die Erkennung den Indikator, der hier im Hintergrund auch eingezeichnet ist. Das Ganze nennt sich Zickzack-Indikator. Davon haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, sogar auch ein Standard-Indikator, wenn ich mich nicht täusche. Im Meta-Trader, vier und fünf müsste das mit dabei sein. Und hier haben wir noch mal so eine kleine, also der Standard-Indikator, der sieht leicht anders aus. Das sind einfach diese, die Vierecke sind da, glaube ich, nicht mit dabei, werden nicht mit eingezeichnet. Und ja, ich finde die Darstellung irgendwie ein bisschen besser. Plus die Verwertung, die, wenn man eben ein Handelssystem entwickelt, die Werte, um die auszulesen, da ist die Version eben noch mal ein Tick besser. Also nicht wundern, dass das hier eben ein bisschen anders aussieht. So, dann kommen wir zur nächsten Folie. Falls es Fragen zwischendurch gibt, gerne einfach stellen. Ich habe immer mal einen Blick in die Fragenkategorien. Also keine Scheu. Und auf der nächsten Folie sehen wir jetzt einen intakten Abwärtstrend. Neu hinzugekommen sind jetzt Zahlen, die quasi unsere Punkte beschriften. Unser initialer Punkt, wo der Trend losgeht, der wird mit der Eins beschriftet. Danach unser Tief, was wir zuerst gemacht haben, ist dann die Zwei. Und unser korrektives Hoch hat die Drei. Danach wird mit Zwei und Drei einfach weitergezählt. Und das macht man quasi halt einfach so. So ist quasi der Standard für die markttechnische Hoch- und Tiefpunktbestimmung. Und was noch ganz wichtig zu sagen ist für den intakten Trend, dass wir immer ein tieferes Hoch haben in dem Abwärtstrend und dass wir tiefere Tiefs haben. Andersrum ist es natürlich, dass wir in dem Long-Trend immer höhere Tiefs und höhere Hochs haben. Daran erkennen wir, dass der Trend noch intakt ist. Und jetzt als letzten Punkt, um zu verstehen, wie die Trends quasi funktionieren. Danach wird es ein bisschen spannender, sage ich mal. Als letzten Punkt haben wir noch den Trendbruch. Der Zeitpunkt quasi, der uns sagt, dass der Trend nicht mehr im Takt ist. Und das ist jetzt quasi die gleiche Abbildung, nur weitergeführt. Hier haben wir das Phänomen, dass der Kurs entsprechend über das korrektive Hoch kommt. Und es entsprechend eben zu einem Trendbruch kommt. So, jetzt ist es so, dass das neue Hoch, was gemacht wurde, das wird erstmal wieder korrigiert. Und leitet in dem Sinne schon mal einen neuen Aufwärtstrend ein, der ab diesem Zeitpunkt intakt ist. Also, deswegen haben wir hier unten auch die Beschriftung, der Punkt 2, für den Abwärtstrend. Und für den neuen Aufwärtstrend ist das eben der Start und entsprechend der Punkt 1. Gibt es bis hierhin erstmal Fragen? Sieht nicht so aus, scheint alles gut verständlich zu sein. Freut mich. So, dann würden wir erstmal so ein bisschen in den Purex-Squeener hineingehen. Weil heute haben wir unsere neue Version online gestellt. Ich weiß nicht, wer bei uns den Facebook-Feed so ein bisschen mitverfolgt. Wir hatten schon angekündigt, dass wir da neue Filter in der Pipeline haben für Trenderkennung. Und das ist quasi der Teil, wo es ja richtig spannend wird, weil das ermöglicht uns das Screening nach Trends richtig cool. Da haben wir so viele Filter entwickelt oder erstmal hinzugepackt, dass wir eine eigene Sektion entwickelt haben. Die Trendfilter, die sind jetzt erstmal so, ja, das ist der erste Release. Da wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Anpassungen geben, wenn wir da die ersten Feedbacks bekommen haben und das Ganze auch noch mehr getestet haben. Also, wir haben es natürlich schon getestet, aber wenn es dann von mehreren Leuten noch getestet wird. Und ich würde Ihnen mal gerne die Filter vorstellen, die wir für Sie entwickelt haben, damit Sie quasi wissen, wie Sie das Ganze am besten nutzen können. Und dann fangen wir einfach mal an mit der Gruppe Trendrichtung. Und ich würde erstmal empfehlen, ich kann ja mal die ganzen Gruppen aufklappen. Ich würde erstmal empfehlen, pro Gruppe immer nur das erste Element quasi sich anzuschauen. Zu den anderen, die da drunter liegen, würde ich dann danach noch was sagen. Aber einfach, damit Sie sich jetzt nicht verwirren lassen von den anderen Filtern, schauen wir uns erstmal das erste Gruppenelement an. Und die Auswahl, wenn wir in die Option hier reingehen, die ist ziemlich easy. Und zwar können wir einfach sagen, was wollen wir gerade für eine Trendrichtung haben. Hier gibt es ja quasi nur drei Optionen. Wollen wir einen Aufwärtstrend haben, Abwärtstrend oder wollen wir gar keinen Trend haben. Und je nachdem, was wir jetzt für einen Tradingstil haben, macht es natürlich für viele Setups Sinn zu sagen, jetzt sollte schon ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend vorliegen. Und wenn wir das Ganze mal auswählen, dann wird eben der Markt danach gescannt. Und wir bekommen jetzt von allen Assets pro Zeitintervall erhalten wir jetzt 886 Ergebnisse, die quasi in einem Aufwärtstrend sich befinden nach Markttechnik. Und wenn man sich die Thumbnails, die Vorschau ansieht, dann kann man schon erkennen, dass es hier alles so nach oben zeigt. Und dass man entsprechend genau diese Sachen finden wird. Wir können auch mal ein bisschen was einschränken hier. Ich wähle mal aus, dass wir uns quasi nur Corex, Major, Minors anzeigen wollen und dann vielleicht einfach auf dem Stundenzeitintervall. Und wie gesagt, der Aufwärtstrend, der ist auch voreingestellt. Und wenn wir jetzt hier sowas gefunden haben, können wir hier einfach mal reingehen in den EuroCut. Zum Beispiel, die API ist heute ein bisschen langsam. Ich glaube, da ist ziemlich viel Last drauf. Und ja, dann werde ich mal hier noch das Forex Cleaner Add-on anwenden. Was müssen wir natürlich tun, weil ansonsten haben wir hier die Verbindung nicht und er zeigt mir dann quasi an, dass er im Hintergrund den Chart nicht öffnen konnte. So, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt funktionieren wird. Ist man noch nicht. Wird sich gerade noch initialisieren, aber dann machen wir das mal kurz per Hand. Und wenden wir mal den Zick-Zack-Indikator drauf an. Wir haben ja gesagt, dass das auf H1 ist. Ich hoffe mal, dass sich danach die Charts auch automatisch öffnen lassen, weil ich mag es mal gar nicht, das im Hintergrund oder manuell zu öffnen. Aber was wir jetzt sehen können, nochmal im Screener EuroCut auf H1 und hier haben wir jetzt nach unserer Definition, die wir gerade eben besprochen haben, einen intakten Aufwärtstrend. Und so wie das jetzt hier aussieht mit diesem Aufwärtstrend, so werden Sie das quasi bei allen anderen Assets, die jetzt hier gefunden wurden, werden Sie das natürlich auch haben, dass hier quasi so ein Aufwärtstrend vorliegt. Und es wird in dem Screening-Setup, welches ich jetzt gerade habe, wird auch noch gar nicht mehr gesagt. Also Hauptsache Trend, alles, was mehr als diese vier Trendpunkte hat, sind quasi im Aufwärtstrend. Und dementsprechend kommen wir hier mal zu ein paar weiteren Filtern, um noch mehr Kriterien einzugeben. Und zwar gibt es ja jetzt natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich möchte jetzt gar nicht so einen frischen Trend haben, sondern ich will vielleicht einen Trend haben, der schon ein bisschen länger gelaufen ist, um vielleicht in die Gegenrichtung einzusteigen. Oder um zusätzlich noch zu prüfen, sind wir jetzt an einem Widerstand, nachdem der Trend schon über fünf Wochen gelaufen ist. Nur mal so als Beispiel. Und entsprechend haben wir hier unsere Filtergruppe Anzahl Trendpunkte. Und hier können wir sagen, wie viele Trendpunkte unser Trend Minimum haben soll. Jetzt können wir sagen, mindestens fünf Trendpunkte. Zeige ich Ihnen gleich, was mit den Trendpunkten gemeint ist. Und dann gehen wir hier mal rein. Hier haben wir jetzt den GBP, australischen Dollar. Hoffen wir mal, dass... Dass das jetzt funktionieren wird, dass sich das im Hintergrund automatisch öffnet, sieht erstmal gut aus. Ist heute, wie gesagt, alles ein bisschen langsam, aber gar nicht so schlimm. So, und dann haben wir jetzt, was wurde hier gesagt, zehn Trendpunkte. Und wenn man jetzt so durchzählt, dann sind wir bei eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der Aufwärtstrend ist noch im Takt, weil der Kurs, der befindet sich jetzt hier, kann halt sein, oder ja, kann halt sein, dass das neue Hoch eben noch weiter hochgeschoben wird. Und der Hochpunkt, der Indikator, der wird quasi bei einem neuen Hoch, ja, den Punkt neu markieren. Der wandert dann sozusagen mit. Und dann wären wir hier immer noch im Trend. Und jetzt sind wir gerade sowieso noch im Trend. Und der Trendbruch, der würde ja erst bestehen, wenn wir quasi unser lokales Tief unterschreiten. Also, ja, ich hoffe mal, Sie haben das erstmal so verstanden. Hier ist einmal die Frage im Chat. Trendfilter, wo bekomme ich den? Sie müssen die Seite einfach mal aktualisieren. Wenn es bei Ihnen noch nicht angezeigt wird, also es ist schon veröffentlicht, wenn es jetzt noch nicht angezeigt wird, dann einfach mal vielleicht den Cache löschen. Kann sein, dass der Server oder dass der Browser den Cache noch den alten anzeigt und deswegen die neuen Filter noch nicht bei Ihnen angezeigt werden. Aber die sind schon released. So, und hier hätten wir jetzt natürlich auch die Option, das Ganze nach der Anzahl der Trendpunkten zu sortieren. Auch in die Gegenrichtung. Also, der Forex-Spealer, der arbeitet immer so. Also, alles, was irgendwie sortierbar ist, wird auch sortiert, weil meistens sind wir auf der Suche nach Maximum oder Minimum von Sachen. Und so wird ja quasi auch die Anzahl der Trendpunkte absteigend sortieren. Und wenn wir halt was suchen, was weniger Trendpunkte hat, dann gucken wir entweder hier zum Ende hin oder wir können auch auf den Sortierbutton klicken. Und dann wird das Ganze eben, ich kann es ja mal kurz machen, dann wird das Ganze eben so angezeigt, dass die Trends mit den wenigsten Trendpunkten ganz oben angezeigt werden. Also, dann haben wir hier jetzt quasi mit fünf Trendpunkten den Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Gucken wir mal. Und dann können wir hier nochmal nachzählen. Ganze geht quasi hier los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der Kurs ist jetzt natürlich schon ein bisschen, ja, hat sich schon entfernt von dem Tief. Und ist jetzt natürlich auf der Spur oder auf dem Weg hier ein neues Hoch zu machen oder vielleicht bis zum neuen Hoch erstmal zu laufen. So, dann haben wir den Trendfilter, haben wir jetzt auch erstmal durch. Dann nehme ich den mal raus und hier haben wir einen weiteren Filter, der nennt sich letzter Trendpunkt. Damit können Sie quasi sagen, ob der letzte Trendpunkt ein Hoch oder ein Tief sein soll. Also, angenommen, wir sind im Aufwärtstrend, da macht es natürlich so ein bisschen mehr Sinn, auch wenn wir den Aufwärtstrend weiter reiten wollen, in der Nähe eines Tiefs einzusteigen. So, dass wir sagen können, ja, der letzte Trendpunkt soll ein Tief sein. Und, ach, die haben wir, glaube ich, gerade das gleiche Beispiel wie eben. Dann wird er hier halt schauen, ob der letzte markierte Punkt einfach ein Tief ist. Und andersrum könnten wir auch sagen, wir sind auf der Suche nach dem letzten Trendpunkt, der ein Hoch sein soll. Dann würde er dann quasi ab hier oder hätte ab hier das Ganze für uns gefunden, so lange, bis der gelbe Knobel noch nicht da ist. Okay, dann sind wir fast durch mit den Filtern. Zwei haben wir noch, beziehungsweise es ist quasi ein Filter und einmal analog dazu. Hier haben wir quasi die Option zu sagen, vor wie vielen Kerzen dieser Hochpunkt markiert worden ist. Und das Ganze könnten wir jetzt auch so, wir könnten zum Beispiel sagen, wir wollen die Sachen finden, wo aktuell ein Hochpunkt gemacht wird. Also die aktuelle Kerze markiert das Hoch und dann schauen wir mal, ob wir hier sowas finden, den Euro-US-Dollar. So, dann gucken wir mal und dann sehen wir das genau hier. Was jetzt die aktuelle Kerze ist, haben wir das Hoch quasi hier markiert. Hätten wir jetzt gesagt, dass wir hätten ja auch einstellen können vor einer Kerze oder vor zwei Kerzen. Dann wäre quasi hier eine weitere und vielleicht noch eine weitere Kerze gekommen und der Hochpunkt, der wäre nicht überschritten worden. Also quasi so, dass man schon in diese korrektive Bewegung hineingeht. Ich hoffe mal, dass ich das soweit verständlich erklärt habe. Bis jetzt gibt es erstmal keine Fragen dazu. Falls dazu noch Fragen aufkommen sollten, bitte einfach stellen. Und ja, wir haben jetzt die Trendfilter erstmal erklärt und die sind jetzt eben auch wichtig für die Setups, die ich heute noch vorstellen werde, damit Sie quasi komplett automatisch Trend-Trading-Setups finden können, marktweit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen weiter. In den Folien und ja, falls jetzt jemand sagt, der Zick-Zack-Indikator, der gefällt mir sehr gut, den möchte ich auch haben. Dann einfach mal auf unserer Webseite gehen, bis zum Fuß der Seite scrollen und in den Newsletter eintragen. Ich werde den Zick-Zack-Indikator nach dem Webinar rumschicken. Für alle, die sich eingetragen haben, auch für alle, die sich schon, also für alle, die sowieso schon eingetragen sind, erhalten den dann sowieso. Und für alle, die jetzt noch nicht drin sind und den gerne haben wollen, einfach mit eintragen, dann werden Sie den auch mitbekommen. Und unser nächster Punkt für das Trend-Thema sind Verschachtelungen. Das ist quasi auch ein unumgängliches Thema, wenn es um Trends geht. Und hier geht es sinngemäß darum, dass wir uns den Markt auf verschiedenen Zeitintervallen angucken. Also, dass wir einmal einen übergeordneten Zeitintervall haben. Hier ist es eben H1 und das ist diese dunkel-türkisfarbene Linie. Und die grüne und die rote Linie ist quasi ein untergeordnetes Zeitintervall. Und Sie können sich so vorstellen, als würde man mit der Lupe einfach mal reinzoomen in diese Zone. Und man würde halt erkennen, dass wir untergeordnet auf M15 auf einmal gar nicht mehr so einen klaren, also ja, so einen vereinfachten Aufwärtstrend haben, sondern dass wir hier natürlich auch einen richtigen Trend haben, der im Takt ist oder der natürlich auch unterwegs mal wieder gebrochen werden kann, indem er hier vielleicht ein tieferes Tief macht und dann erst weiter nach oben geht. Gar kein Problem und der Markt wird sich eben einfach hocharbeiten, im besten Falle natürlich auch in einem Trend, wenn es so bilderbuchmäßig abläuft, bis er ein neues Hoch erreicht hat auf dem übergeordneten Zeitintervall. Und von dort an wird der Markt korrigieren auf dem H1-Chart. Und wenn man hier wieder reinzoomt in diesen Abschnitt, da wird man erkennen, dass sich auf dem untergeordneten Zeitintervall, in diesem Beispiel also M15, dass sich hier ein Abwärtstrend, dass man den dort sehen kann. Und das Ganze ist natürlich so, dass man die Zeitintervalle frei wählen könnte. Ich würde nicht empfehlen, dass man zwei benachbarte Zeiteinheiten nimmt, zum Beispiel M15 und M30. Da macht es nicht so viel Sinn, aber beispielsweise man guckt sich an übergeordnet D1, also Tagescandles, und untergeordnet dann H1 zum Beispiel. Genauso wie M15 und M1 wäre auch so eine mögliche Variante. Und jetzt stellt sich halt die Frage mit der Erkenntnis, wie können wir das Ganze für uns nutzen? Wie können wir daraus unseren Profit ziehen? Und das Ganze führt uns zu unserem ersten Trading Setup. Was ich hier mal kurz vorstellen würde, ist sozusagen die Folie von davor leicht anders dargestellt. Wir haben hier wieder unsere Beschriftungen mit 1, 2, 3 und so weiter. Und wir haben jetzt das Szenario, dass wir unser Tiefpunkt gemacht haben im übergeordneten Zeitintervall. Und wir warten jetzt auf die Situation, dass unser untergeordnetes Zeitintervall ein Aufwärtstrend beginnt. Denn wir wissen ja, unser Tiefpunkt, der existiert bereits. Der wurde schon eingezeichnet im Chart und wir wissen, der nächste logische Schritt vom Markt wäre jetzt ab nach oben. Wir machen ein neues Hoch, nachdem wir ein Tief gemacht haben. Und wir wollen jetzt auf dem Weg dorthin, wollen wir davon profitieren. Und wir suchen sozusagen einen Einstiegstrigger. Und unser Einstiegstrigger, das ist jetzt keine Candlestick-Formation, sondern wir warten darauf, dass der untergeordnete Trend einen intakten Aufwärtstrend beginnt. Und wie wir das quasi definiert haben, ist ja der Punkt, dass unser Hoch, unser lokales Hoch wieder überschritten wird. Das hatten wir am Anfang diskutiert. Und dann könnten wir quasi sagen, ja, sobald das Hoch hier gebrochen wird, könnte man sagen, wir steigen hier ein. Noch günstiger wäre es eigentlich, wenn wir sagen, wir haben einen intakten Aufwärtstrend und wir warten jetzt sogar noch, bis das nächste Tief einfach gemacht wird, um dort einzusteigen, damit wir uns nochmal ein paar Pips extra aus dem Markt herausziehen können. Und ja, für dieses Setup könnte man dann beispielsweise den Stop-Loss unter unser lokales übergeordnetes Tief legen, weil wenn das quasi gerissen wird, wenn der Markt sich entscheidet von hier, nö, ich habe keinen Bock mehr nach oben zu gehen, ich ziehe jetzt nach unten und hier wird quasi unser Stop-Loss irgendwie gerissen, dann heißt es ja auch, dass der übergeordnete Trend nicht mehr im Takt ist. Und von daher wäre es eine valide Exit-Bedingung. Im Best Case ist es natürlich so, dass wir einfach drinnen sind, einsteigen, hier oder hier und ja, eventuell dort aussteigen, wo unser Aufwärtstrend untergeordnet gerissen wird. Und das wäre hier der Fall, weil hier quasi unser Tief durchbrochen wird. Wir können natürlich auch schauen, dass wir oben eventuell an einem Widerstand ankommen, was auch immer dieser Widerstand ist, beispielsweise ein Pivot-Punkt, Preismarke, Extended Fibonaccis. Ja, solche Sachen und dann könnte man dort entsprechend aussteigen und prädikten, dass der Post von dort aus sich erstmal wieder erholen wird. Wie das Ganze mit dem Vogelscreener abzubilden ist, das würde ich auch mal kurz zeigen, weil mit den Filtern, wenn Sie jetzt eins und eins zusammenzählen können sozusagen, dann können Sie das mit den Filtern abbilden. Es gibt hier jedoch noch eine Information, die ich noch nicht genannt habe, weil ich sie am Anfang nicht überfordern wollte, weil es ein bisschen unübersichtlich auch wirkt, denke ich mal, wenn man es zum ersten Mal so sieht. Und die Info ist quasi, ich sagte ja, wir sollen uns erstmal nur auf den ersten Filter der Gruppe fokussieren. Jetzt kommen die anderen ins Spiel. Die anderen, die funktionieren jetzt eben so, dass wir diesen übergeordneten Trend damit bestimmen können. Also wir können jetzt sagen, wir suchen nach allen Assets, die eine Trendrichtung aufwärts haben im H1. Das H1 stammt gerade hier. Wir suchen jetzt quasi nach H1 alles, was einen Aufwärtstrend hat. Und jetzt können wir diesen freien Filter für die Trendrichtung nutzen und könnten jetzt hier sagen, ja, unser untergeordneter Trend, der soll jetzt auch ein Aufwärtstrend sein. Und wir müssen jetzt dafür noch ein Zeitintervall bestimmen. Und das Ganze machen wir hier oben, sodass wir sagen, ja, M5 oder vielleicht auch einfach M15. So würde jetzt auch beides gucken, entweder oder. Und dann könnte man hier schon mal schauen, was man findet. Ich sage mal gleich, ich nehme mal einen Punkt weg. Das wäre jetzt noch nicht alles, aber wir können ja schon mal reingucken, wie das Ganze jetzt mit der Filterauswahl bis hierhin aussieht. Und danach zeige ich Ihnen, wie man dieses Setup in der Suche noch verbessern kann. So. Hier haben wir jetzt so unsere Situation, nach der wir gesucht haben. Und zwar H1 haben wir unseren Aufwärtstrend. Der geht hier los. Zack, 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 zack. Hier eventuell neues Hoch, noch intakt. Und auch M5 wurde uns das Ganze angezeigt. Haben wir auch einen intakten Aufwärtstrend von hier, solange dieses Tief hier eben noch nicht gebrochen wird. Also von daher, wenn man sich jetzt nach der Markttechnik richtet, wäre das hier eventuell schon mal ein guter Punkt einzusteigen, weil wir halt an der Korrektur sind. Jetzt ist es aber eben so, dass wir noch nicht alles abgebildet haben, sondern wir können die anderen Filter, die wir vorgestellt haben, können wir auch dafür nutzen, um das Ganze noch weiter einzuschränken. Und so könnten wir halt sagen, dass der letzte Trennpunkt, der im H1 gemacht wurde, dass es sich hierbei um einen Tief handeln soll. Damit wir quasi in den Folien, ich zeige es noch mal kurz, damit wir quasi in der Nähe von hier sind. Damit wir nicht hier nach irgendwo, ja, unsere Suche stattfindet, sondern nach diesem Punkt, das stattfindet. Und wir könnten jetzt hier auch noch sagen, dass quasi der Punkt im untergeordneten Zeitintervall, dass das auch noch der Punkt 3 sein sollte. Also, ach Quatsch, der Punkt 4 sein sollte. Weil in den Filtern zählen wir eben nicht mit 2, 3, 2, 3 weiter, sondern wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ganz normal einfach weiter zählen. Und so können wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch was Besseres finden, sodass wir sagen, die Anzahl der Punkte, das wäre jetzt dann das untergeordnete, wäre quasi Punkt 4. Und dann durchsucht der Screener für uns. Okay, jetzt hat er nichts gefunden. Wir können auch komplett den Markt mal durchforsten. Ich schränke das ja mal ein für Forex, Majors, Minors und dann meine Zeitintervalle. Und ja doch, das Zeitintervall, das brauchen wir aber. Sodass wir hier mal M5 und M15 einfach reinnehmen als untergeordnete Zeitintervalle. Und dann schauen wir mal, ob wir was finden. Okay, das ist jetzt ein Future. Ich habe in meinem aktuellen Account sind die Futures nicht freigeschaltet. Aber wer jetzt Futures von Ihnen hat, der könnte das mal freischalten. Aber man kann es auch schon in dem Thumbnail sehen, dass hier quasi übergeordnet ein Aufwärtstrend herrscht. Und diese kleinen Bewegungen, das sind ja jetzt die untergeordneten Strukturen. Und wir können auch sehen, dass in dieser untergeordneten Struktur, dass wir jetzt auch genau diesen Aufwärtstrend haben. Und ja, so ist im Endeffekt das Setup. Falls Sie das mal nachbauen wollen und suchen können. Es ist auch sehr zu empfehlen, sich diese Setups einfach als Filter-Setups zu speichern. Ich habe das hier schon mal gemacht für mich. Das ist hier quasi so ein ähnliches Setup. Und wichtig ist, Sie können für solche Setups, können Sie auch die Glocke aktivieren, wenn Sie die Forex-Screener-Signale eingeschaltet haben. Wir haben dafür sogar einen kleinen Deal für Sie mitgebracht. Zeigen wir mal, was wir da für Sie haben. Damit Sie die Signale auch mal ausprobieren können oder eben dauerhaft sparen können mit den Signalen, haben wir folgenden Deal. Falls Sie jetzt noch nicht ein Konto haben bei FX Flat, können Sie eins eröffnen mit der folgenden URL. gehen einfach da drauf, gehen zu FX Flat, eröffnen sich ein Live-Konto und Sie werden drei Monate gratis die Forex-Screener-Signale erhalten. Sie bekommen, sobald das Konto offen ist, erhalten Sie einen Gutschein von uns und Sie tippen den dann einfach im Checkout ein bei den Signalen, sodass Sie dann drei Monate gratis bekommen. Und wenn Sie nach drei Monaten oder sagen wir nach zweieinhalb Monaten das gar nicht weiter nutzen wollen, weil ja, vielleicht hat sie nicht gefallen oder aus welchen Gründen auch immer, können Sie das einfach kündigen und dann fallen keine Kosten an. Dann haben Sie es einfach komplett umsonst mitgebracht. In der Regel kann ich aber sagen, die Kündigungsrate bei den Signalen, die ist gegen null. Also wer die Signale einmal hat, der weiß, das spart ordentlich Zeit, wenn man einfach nur noch darüber informiert wird, dass jetzt gerade ein Setup in den Markt gekommen ist per E-Mail, seine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone aktiviert hat und dann quasi auch von unterwegs sogar handeln kann. Also es ist wirklich eine geile Sache, sehr zu empfehlen. Ich nutze es persönlich nur noch. Und für alle Leute, die jetzt aber schon ein Konto haben beim Forex-Screener, das ist ja sowieso auch umsonst. Also das Screening können Sie umsonst machen, wenn Sie ein Konto haben bei FX Flat. Sie müssen einfach nur für den Forex-Screener den normalen Zugang beantragen. Wenn Sie zusätzlich noch die Signale haben wollen, wie gesagt, entweder Konto eröffnen oder wenn Sie schon ein Konto dort haben und Nutzer sind, sich schon freischalten haben lassen, dann haben wir hier ein 15% Code, also Sie sparen 15% pro Monat auf Lifetime mit dem Codewort Signale 15 im Checkout. Einfach mal auf unsere Webseite gehen, dort gibt es im Menü einen Punkt Forex-Screener-Signale, raufklicken und dann kommen Sie dort zum Checkout, wo Sie das angeben können und dann werden Sie einfach per E-Mail informiert über Ihre Setups, wo Sie die Glocke aktiviert haben. Völlig frei gestaltbar, je nachdem, was Sie handeln wollen, darüber werden Sie informiert. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Zwei Setups habe ich noch im Petto, die ich Ihnen natürlich vorstellen werde. Und ja, das erste Setup, weiß ich nicht, also das war, als ich die Trendfilter quasi das erste Mal live genutzt habe, war das irgendwie das Setup, woran ich zuerst gedacht habe, muss ich mal ganz ehrlich zu sagen, ist quasi die Kombination aus Trenderkennung, natürlich, ist ja heute das Thema und die Frage ist, wie man das Ganze kombiniert und wir haben im Forex-Screener haben wir auch eine Hammer-Formation-Erkennung, sodass man quasi sagen kann, wir haben einen Aufwärtstrend, wir sind jetzt im Punkt 3 beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, wenn man es einfach durchzählen würde und es hat sich eine Hammer-Formation ausgebildet. Hammer-Formation ist ja meistens eine Umkehr-Formation und in diesem Kontext würde es heißen, die Korrektur läuft, wir haben diese Hammer-Formation mit dem langen Docht nach unten und es kehrt unsere Korrektur um beziehungsweise unsere Korrektur ist damit abgeschlossen. Und wenn sie abgeschlossen ist, heißt es für uns, es geht weiter Richtung Norden, wir steigen ein Richtung Long, warten quasi einfach bis auf den ersten Tick der neuen Kerze, sodass wir quasi wissen, die Hammer-Formation ist auch wirklich abgeschlossen. Nicht, dass die Kerze noch nicht fertig ist und auf einmal dreht das ganze Ding und macht dann hier zu und dann sind sie quasi schon kurz davor ausgestoppt zu werden, weil sie den Stop-Loss unter den Hammer gepackt haben und begeben sich hier automatisch in eine Position, wo sie viel schlechter in den Markt kommen. Genau, dann würden sie quasi an der Stelle einfach Richtung Long einsteigen und das Ganze sieht entsprechend so aus. Augenmerk gelegt auf die rechte Seite, hier haben wir jetzt quasi unsere Hammer-Formation und das Ganze war glaube ich ein Aktien-Trade gewesen. Handle ich eigentlich nicht so oft, aber das Setup hat mir sehr gut gefallen, sodass ich mir gedacht habe, ja, kann man machen. Und mit den Filtern, mit denen wir haben, können sie eben genau solche Setups auch finden. Also sie können damit schauen, was jetzt, ob jetzt gerade so ein Setup vorhanden ist, marktweit. Oder sie können auch sagen, ja, sie legen sich das Setup an und mit den Forex Cleaner-Signalen lassen sie sich einfach jedes Mal benachrichtigen, wenn dieses Setup aufgetreten ist. Und das wäre dann genau zu diesem Zeitpunkt, weil hier der Hammer ja abgeschlossen ist. und wie man dieses Setup umsetzt, das sehen Sie auf der linken Seite. Wir müssen quasi einfach mal sagen, die Trendrichtung, die ist aufwärts gerichtet und dann gab es ja noch diesen Filter Trendtiefpunkt vor x Kerzen, so dass wir sagen würden, ja, vor einer Kerze soll das Trendtief gemacht worden sein. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt würde das überprüft werden und zu diesem Zeitpunkt ist ja genau vor einer Kerze das Trendtief und entsprechend analog das gleiche für die Hammer-Formation, dass die auch vor einer Kerze stattgefunden hat. Und ja, in diesem Moment screenen wir entweder oder werden benachrichtigt und dann ist das Ganze perfekt für einen Einstieg. Stop-Loss könnte man hier drunter packen, relativ eng und in diesem Setup war der Ausstieg hier gewesen zum Tagesende. Ich dachte mir, hat jetzt schon genug Strecke gemacht und bevor jetzt der neue Tag anfängt beziehungsweise über Nacht man das nicht schließen kann, gehe ich mal raus. So, dann werfe ich noch mal einen Blick in die Fragen. Bevor wir zum nächsten Setup kommen, schaue ich mal, ob ich noch jemanden was beantworten kann und hier gibt es die Frage, benötige ich den Metatrader 5? Ich bevorzuge MT4. Jein ist die Antwort. Also für den Metatrader 5 ist der Forex Screener optimiert, was das Add-on angeht und es macht halt nur Sinn, den Metatrader mit dem Forex Screener zu verbinden. Mit dem Metatrader 4 ist die Situation, da fehlen Funktionalitäten, dass die Indikatoren automatisch auf den Chart gepackt werden können. Das funktioniert so leider nicht und deswegen ist dort nur die Funktionalität vorhanden, dass der Chart sich automatisch auf das Asset wechselt, welches Sie dann anklicken. Das ist erstmal, es nimmt trotzdem ein bisschen Arbeit ab. Ich persönlich, mir ist das nicht genug, deswegen bin ich halt nur noch mit dem Metatrader 5 unterwegs, das war auch so der Grund, warum ich umgestiegen bin, ganz ehrlich gesagt. Es fehlt eben ein bisschen, die Indikatoren müssten Sie dann selber anwenden, wenn Sie den Weg gehen wollen, dann können Sie das halt so machen. Hier die Frage, ob das Video aufgezeichnet wird, genau, das wird natürlich aufgezeichnet, wie jedes Webinar, was hier gehalten wird auf FX Flat und das wird entsprechend auch auf zwei Kanälen hochgeladen, auf YouTube, einmal auf dem Channel von FX Flat und einmal auf unserem Channel Forex Screener, der auch verlinkt ist auf unserer Webseite in dem Footer-Bereich. Also gerne mal den Kanal abonnieren, damit Sie entsprechend informiert werden, wenn dort neue Videos hochgeladen werden. So, jetzt hier noch eine Frage, vor dem Hammer sind drei weitere Hammer slash Dojis, wie interpretiert ihr das? Hier könnte ich mal ja mal kurz durchgehen, wie die Software hier quasi agiert hätte und zwar gehen wir mal aus von diesem Standpunkt hier, wir sind jetzt in dieser Kerze, das Hoch ist entsprechend hier, wir haben noch kein Tief, weil einfach das Tief noch zu dicht an dem Hoch ist und jetzt würde er quasi in diese Kerze reinspringen, würde zurückgucken, ist das ein Hammer und ist der Tiefpunkt hier markiert worden? Nee. Dann würde er in der nächsten Kerze gucken, ist das Tief hier? Ja, das Tief ist hier, also der gelbe Punkt wäre zu dem Zeitpunkt hier gewesen und er würde jetzt gucken, ob das hier ein Hammer ist. Hier kann man erkennen, ja, nee, das ist eine Doji-Kerze, das ist quasi also kein Hammer, wäre nicht durch den Filter gekommen und es hätte, ja, der Forex-Squeener hätte nicht reagiert. Hier bei der Kerze wäre es auch interessant gewesen, weil hier wäre der Screener angeschlagen. Also, wir überprüfen ja immer eine Kerze rückwirkend, sprich quasi von hier überprüfen wir diese Kerze. Ich würde so per Augenmaß mal sagen, dass die Kerze als Hammer durchgegangen wäre, wäre eine knappe Nummer geworden, aber doch, ja, ich denke schon und das Tief wäre auch eine knappe Nummer geworden, wahrscheinlich aber wäre das nicht durchgegangen, weil das Tief hier noch einen Ticken drunter liegt, würde ich jetzt mal behaupten und hier ist das noch einen Pippeur, einen halben Pippeur. Wäre das Tief jetzt hier drunter, dann hätte er hier schon mal Signal gegeben so und ja, das wäre jetzt natürlich nicht so fatal gewesen, wenn der Stop-Loss nicht Pippgenau ans Tief gepackt worden wäre, sondern halt ein bisschen Platz gelassen wäre, je nachdem, wie sie dort drauf sind, wäre dann hier natürlich der Stop-Loss gerissen, wenn sie den ans Tief gepackt hätten, weil sie hier ein bisschen Abstand gehabt hätten, dann wäre das nicht passiert. Dann wird quasi zu dieser Kerze wieder rückblickend geguckt, ob das ein Hammer ist, das wäre als Hammer nicht durchgegangen, Punkt A, Punkt B, das Tief ist wieder ein bisschen höher, wäre also kein neues Tief gewesen und hätte entsprechend diese Kondition hier nicht erfüllt. So wäre das Ganze gelaufen. Hätten sie den Einstieg hier schon gemacht und das Signal wäre hier gekommen, dann hätten sie hier quasi auch nochmal einen Alarm, eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten und entsprechend, ja, hätten sie vielleicht noch eine Position aufbauen können beziehungsweise nochmal reinschauen können, ob ihre Position noch drin ist, ob sie per PIP ausgestoppt worden sind, etc. pp. Und abschließend kann ich noch sagen, dass diese Situation hier, ja, da haben wir auch einen Filter, der nennt sich Dot Range, Dot Range Filter und da finden sie quasi solche Situationen, wo mehrere Kerzen hintereinander einen längeren Dot haben und entsprechend hier hätten wir das einmal, zweimal, dreimal, viermal sogar und sie können in dem Filter dann auswählen, ja, wie viele Kerzen hintereinander eine Dot Range oder einen Dot haben sollen und so werden sie auch auf diesen Trade hier aufmerksam geworden, weil das ist ja quasi so ein Anzeichen, der Markt möchte quasi verkaufen und der Kaufdruck lässt aber das Ganze nicht zu, das passiert einfach mehrmals, das ist ein Zeichen von Schwäche und entsprechend sollte unsere Positionslaune dann doch eher in Richtung Long gehen. So, hier gab es nochmal die Frage, bitte nochmal erklären, wie man als FX-Flat-Kunde die Signale mit Glocke nutzen kann, habe das so verstanden, dass es kostenfrei möglich ist. Okay, nochmal kurz die Erklärung. Wir gehen ins Menü, Signale erhalten, wir müssen eingeloggt sein, also wenn Sie Ihren Zugang haben als FX-Flat-Kunde, können Sie sich einloggen, bis hierhin ist alles umsonst. die Signale, die sind allerdings nicht ganz umsonst. Also wenn Sie hier draufklicken, dann kommen Sie quasi auf eine Seite, die Ihnen anzeigt, das Ganze kostet 29 Euro pro Monat, glaube ich, ja doch 29 Euro pro Monat und dann kommen Sie halt auf diese Seite und können dort Ihren Gutschein eingeben und hinzubuchen. Es ist sozusagen ein Add-on, die Signale, die sind nicht gratis, sondern das ist eine zusätzliche Funktionalität, die Sie dazu buchen können. Und Sie als FX-Flat-Kunde beziehungsweise als Nicht-FX-Flat-Kunde, wenn Sie ein Konto eröffnen bei FX-Flat, erhalten Sie drei Monate gratis für die Signale. Der Zugang zum Forex-Screener ist sowieso gratis dann als FX-Flat-Kunde und wenn Sie jetzt aber schon Kunde sind bei FX-Flat, dann können Sie einfach mit dem gezeigten Gutschein Signale 15 das Ganze im Checkout angeben und erhalten dann 15% auf Lifetime. So, hier nochmal eine letzte Frage, die ich noch beantworten werde. Wie wird bei euch ein Hammer definiert? Ich meine das Verhältnis der Länge von Docht und Kerzenkörper. Yes. Also, es wird quasi ein bisschen analysiert. Ich kann das im Detail eigentlich gar nicht so genau verraten. Es wird quasi geguckt, wo befindet sich dieser Kerzenkörper, wie groß ist der Kerzenkörper und wie groß ist die Gesamtkerze und entsprechend da wird eine Auswertung gemacht und so dass eben alles, was nach Hammer aussieht, diese Kerze zum Beispiel, diese Kerze würde wahrscheinlich auch noch durchgehen, wird dann eben als Hammer erkannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen im Detail. Okay. Dann würde ich sagen, bevor die Zeit rum ist, ein Setup habe ich noch für Sie. Das Ganze ist auch eine rein logische Sache sozusagen und zwar können wir hier wieder einstellen, dass wir in einem Aufwärtstrend sind und wir stellen zusätzlich ein, es gibt Filter für das Tagestief und das Tageshoch. Vielleicht zeige ich das auch einfach mal kurz. Sie haben ja auch oben hier eine Suche, in der Sie eintippen können Tief und dann haben Sie Distanz zum Hoch slash Tief. Hier haben Sie dann quasi die Auswahl für Tagestief und hier umso weniger Prozent, also hier können Sie sagen, wie weit wollen Sie prozentual entfernt sein von dem Tagestief, das müsste dann halt relativ dicht sein, das heißt kleiner als 0,02% des aktuellen Kurses und das Ganze machen Sie dann halt für das Vortags Hoch auch und dann kommen Sie eben genau auf dieses Setup. Also wir sind quasi dann in diesem Bereich, wir haben eingestellt Vortagstief soll eben sehr dicht dran sein und es wird auch geguckt, die weißen Abschnitte sind immer Tage in dieser Skizze, es wird dann auch geguckt, das Vortags Hoch soll eben an dieser Stelle sein und so könnte man entsprechend noch ein schönes Screening-Setup, das habe ich selber so noch nicht ausprobiert, muss ich auch mal dazu sagen, aber das ist ein Setup, das werde ich definitiv ausprobieren, um mal zu schauen, ob man damit schöne Setups finden kann. Genau, soviel dann zu unseren drei Setups, jetzt noch als letztes die Frage an Sie, haben Sie Themen, die Sie interessieren, die von uns vorgestellt werden sollen und eventuell natürlich mit Bezug zum Forex-Screener, es soll eben auch immer erklärt werden, wie können Sie das Ganze zeiteffizient finden mit unseren Filtern, dann können Sie das Ganze in die Kommentare schreiben, ich werde das Ganze mitnehmen und für nächstes Jahr dann vorbereiten, unsere letzten Themen waren eben diese hier und die sind alle sehr gut angekommen, das Thema Trends ist natürlich auch sehr gut angekommen, heute gehe ich mal davon aus, also können Sie mir gleich noch in die Kommentare schreiben, falls dort irgendwas nicht gut erklärt wurde, aber bis jetzt gab es hier noch keine Hate-Nachrichten, genau, dann ja, hier ist es von meiner Seite aus gewesen, hier nochmal der Appell für Sie, falls Sie noch gar keinen Forex-Screener Zugang haben und sagen, die Signale brauche ich vielleicht nicht, aber den Zugang hätte ich schon gerne, wie gesagt, ist kostenfrei für Sie, wenn Sie Kunde sind bei FX Flat, einfach über unseren Link ein Konto eröffnen und dann bekommen Sie das noch am gleichen beziehungsweise spätestens am nächsten Tag zugeschickt, Ihre Zugangsdaten und falls Sie dann Hilfe brauchen für Verständnisweisen, falls Sie Setups abbilden wollen, die Sie im Kopf haben, aber vielleicht mit den Filtern nicht abbilden können, weil da ein bisschen Erklärung noch nötig ist, dann können Sie uns auch gerne einfach kontaktieren und dann finden wir quasi uns zusammen, damit wir Ihr Setup abbilden können und Sie das Ganze per Screening finden. Okay, das Abend, ich würde mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass so viele Zuhörer heute noch mal erschienen sind und ich freue mich natürlich schon aufs nächste Jahr Ihnen wieder guten Content abliefern zu können und wünsche Ihnen abschließend eine Menge profitabler Trades und ja, dann eine schöne bald anstehende Weihnachtszeit. Vielen Dank. Ja, sehr gut, Weihnachten kommt schneller als man denkt und vielen, vielen Dank für die ganzen Webinare in diesem Jahr. Ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr und auf die neuen Themen und natürlich auch ein riesen Dankeschön für alle, die auch immer dabei waren und auch heute wieder dabei waren und hier auch Fragen gestellt haben. Vielen Dank für das Interesse. Auch ich wünsche natürlich noch einen schönen Abend, morgen noch einen erfolgreichen Handelstag und Sie werden benachrichtigt, wenn die neuen Termine online sind, können Sie sich natürlich gerne dafür anmelden und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.